Herzlich willkommen für die beste Frau Fischermanns-Friend, Strong Women 2014! Es ist Estelle Oberson aus Luzern! Philippe Bezier aus der Frau Fischermanns-Friend hier in der Schweiz mit dem Siegerpokal. Noch einen riesen Applaus und zusammen! Christian Matys! Noch einen riesen Applaus und zusammen! Hallo! Das sind sie, unsere Sieger beim Fischermanns-Friend, Strong Women 2014 hier in der Schweiz!